Ja, moin! Hier mal in einer anderen Perspektive. Ich habe jetzt mal so ein bisschen meine Position gewechselt hier, damit man noch irgendwie ein besseres Bild hat oder beziehungsweise mal ein anderes Bild, sonst sitze ich immer auf dem Bett vor diesem Bild. Ja, ich wollte jetzt mal gucken, wie das aussieht, ob ich richtig im Bild sitze und so. Das wird jetzt nur ein Test.